Ich zeige euch jetzt Like Dice. Übrigens der Name kommt wie Würfel. Also Dice ist der Würfel im Spiel. Ihr habt nämlich nur Karten, wie bei uns üblich, und keine Würfel im Spiel, obwohl hier auf diesen Karten Würfel zu sehen sind gleich. Es gibt zwei verschiedene Arten von Karten, nämlich schwarze und weiße Rückseiten. Die weißen Rückseiten sind Würfel, die schwarzen Rückseiten sind Aufgaben. Komme ich gleich dazu. Dann gibt es noch eine Zeigerkarte, die erkläre ich euch ganz kurz. Da seht ihr die Zahlen von 1 bis 0 auf zwei Seiten. Hier ist der 10er Bereich. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel die Zahl 11 zeigen wollt, zeigt ihr hier die 1 und hier die 1. Zeigt ihr zum Beispiel die 78, geht ihr hier auf die 7 und hier auf die 8. Das könnt ihr mit zwei Fingern von zwei Händen machen oder auch mit einer Hand. Ja, also das ist die Zeigerkarte. Komme ich gleich dazu, wozu man die braucht. Also jeder Spieler hätte jetzt so eine Zeigerkarte. Dann, zwei bis sechs Spieler können hier mitspielen. Dann kommen drei Würfelkarten in die Mitte. Es gibt quasi eine allgemeine Auslage. Und jeder Spieler hat eine eigene Auslage. Ihr müsst euch das jetzt so vorstellen. Also bei jedem Spieler liegen da zwei Würfel. So, gespielt wird folgendermaßen. Es wird eine Aufgabenkarte aufgedeckt. Und die Aufgabenkarten sind von ganz einfach, ganz einfach, zeige ich euch mal so was. Das heißt, ihr sucht die grünen Würfel zusammen und zählt da die Augen drauf. Für diesen Spieler wäre es folgendermaßen. Er hätte hier bei sich selber keinen grünen Würfel. Hier in der Mitte liegen zwei. Ihr müsst euch immer vorstellen, jeder Spieler hat die eigene Auslage plus die in der Mitte. Das heißt, der Spieler zählt die zusammen. Der Spieler die, ich die und der Spieler die. So, das Ergebnis für diesen Spieler wäre hier 5 plus 6, 11. Für diesen Spieler 11, für mich 14. Weil 11 plus 3 sind 14 und für ihn auch wieder 11. Jetzt kommt es darauf an, schnell zu sein. Schnell die Zahl zu rufen und zu zeigen. Macht eines bitte nicht, zeigt hier nur die 11 und sagt nichts dazu. Sondern ihr ruft die Zahl und dann zeigt ihr sie. Weil es wird nachher überprüft, wer als erstes gerufen hat. Wird überprüft, ob richtig. Wenn es richtig ist, bekommt er einen Punkt. Wenn es falsch ist, wird der zweite überprüft, dann der dritte überprüft und so weiter. Und jetzt passiert was ganz Spannendes. Den Punkt, den ihr bekommt. Also angenommen, der Spieler sagt als erstes 11, bekommt er eine Karte aus der Mitte. Als gewonnenen Punkt. Jetzt darf er sich eine von diesen zwei Karten raussuchen. Wieso von diesen zwei Karten? Es hört sich komplizierter an, als es ist. Weil die zwei Karten zu einem Ergebnis mitgewirkt haben. Das heißt, die Karte hat er gar nicht gebraucht beim Zählen. Er hat eine von diesen zwei gebraucht. Er darf sich jetzt eine davon raussuchen. Kleiner Tipp von mir. Ich würde mir die nehmen an seiner Stelle, weil es passiert folgendes. Er muss die Karte in seine Auslage legen. Die zählt fortan für ihn mit. Das heißt, in der Mitte kommt wieder eine neue Karte dazu. Und dieser Spieler hat schon zwei Karten, die er mitzählen muss. Jetzt kommt von euch natürlich die Frage, ja klar, wieso möchte ich denn überhaupt Punkte machen? Ihr gewinnt nur dann, wenn ihr zehn Punkte macht. Ihr könnt das auch reduzieren auf fünf Punkte oder auf sechs Punkte oder zwei Punkte, wie auch immer. Und das Spannende ist, dadurch kann man einen schnellen Spieler, der sehr gut ist, eben zwingen, langsamer zu spielen. Weil er muss viel mehr zusammenzählen. Klar, wenn er jetzt hier vier, fünf Karten hat, dann habe ich es einfach mit meiner einen Karte. So, wieso sucht er sich diese Karte raus? Weil, schaut mal her, wenn er die umdreht, er hat jetzt nur drei unterschiedliche Farben. So hätte er vier unterschiedliche Farben. Das ist nachher wieder beim Zusammenzählen wichtig. So, also, das war jetzt die einfache Aufgabe, nämlich nur grün zu suchen. Etwas schwieriger wird es, wenn er zwei Farben sucht, nämlich lila und blau, äh, lila und blau, lila und rot zum Beispiel. Oder Steigerung 3. Das heißt, wir machen mal das Beispiel mit diesen Farben nochmal. Rot wäre fünf plus blau, ihr zählt einfach weiter. Das zwei dazu sind sieben, sind 13 und dann die grünen dazu, 14, 20, 25. 25 wäre das Ergebnis für diesen Spieler. Ich müsste weniger zählen und die anderen entsprechend. So, das könnt ihr also reduzieren von einfachsten über schwieriger über ganz schwierig. Und Achtung, gibt es natürlich auch bei den Punktwürfeln, bei den Augenwürfeln. Hier sucht ihr zum Beispiel alle Zweier und alle Fünfer zusammen. Wir machen das Beispiel nochmal bei diesem Spieler. Er müsste jetzt alle Fünfer zusammenzählen. Das heißt, fünf plus kein Fünfer mehr sind schon mal fünf. Dann die zwei dazu sind sieben. Kein weiterer Zweier. Sieben wäre sein Ergebnis. Machen wir hier kurz fünf, sieben, neun. Bei mir fünf, sieben und hier sind es vier, weil er hat kein Fünfer dabei. Das kann man natürlich auch wieder etwas schwieriger werden lassen, zum Beispiel indem wir dann drei Augenwürfel suchen. Das wäre hier dieses Beispiel. Alle Einser, alle Fünfer, alle Dreier. Was ganz Spannendes ist auch das hier. Ihr sucht die höchste Grüne und addiert die kleinste Lilla dazu. Höchste Grüne, kleinste Lilla. Wäre für ihn höchste Grün sechs, kleinste Lilla eins, sieben. Höchste Grün sechs, kleinste Lilla eins, sieben. Für mich sieben, für ihn sieben. Für alle sieben, wer am schnellsten sieben ruft, bekommt die Karte. Eben seine Auslage. Ganz spannend und das möchte ich euch einfach auch zeigen. Es gibt die fortgeschrittenen Variante und die sieht so aus. Und die hört sich am Anfang komplizierter an, als sie ist. Unter uns gesagt, es gibt inzwischen Leute, die sagen, das ist die einfachste Variante. Ich zeige es euch ganz kurz, um was es geht. Ihr müsst euch vorstellen, die Würfel, wir machen das Beispiel wieder bei diesem Spieler. Die Würfel, die ihr hier liegen habt, müsst ihr euch plastisch als Turm vorstellen. Entweder so übereinander geschichtet oder so. Ich zeige es euch jetzt einfach mal plastisch als Turm. Wäre ganz oben die gelbe sechs. Als nächste Farbe würde blau kommen. Jetzt habt ihr zwei von blau. Dann nehmt ihr die nächst hohe, ist die sechs und dann die zwei. Das heißt, ich mache jetzt mal das Beispiel nochmal. Die sechs wäre ganz oben, dann würde die sechs kommen, dann würde die zwei kommen. Weiter gezählt wäre, dann die lila drei, dann die lila eins, dann die blaue sechs, dann die grüne sechs, die grüne fünf, die grüne eins und ganz unten liegt die rote vier und ganz, ganz unten die rote eins. So, wem es zu schnell ging, einfach euch nochmal vorstellen. Ganz oben die, ganz unten würde die liegen. So, jetzt sucht ihr die zweithöchste Zahl von eurem Turm. Die höchste war die gelb, die zweithöchste war blau und da lag ganz oben die. Das heißt, die Zahl wird momentan gesucht. Ich mache das Beispiel mit der dritthöchsten Zahl. Ganz oben liegt die grüne sechs, dann die grüne fünf, dann die grüne eins. Das wäre die dritthöchste Zahl. Okay, die vierthöchste wäre jetzt die, die fünftöchste die, die sechste und so weiter. Die brauchen wir aber nicht, weil wir suchen hier die dritthöchste. Jetzt gehen wir mal ganz kurz zu dieser sechshöchsten Zahl. Ich möchte euch nicht verwirren, ganz einfach. Eins, ihr zählt einfach durch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Die blaue sechs wäre die sechshöchste Zahl. Die blaue sechs wäre die, die schwechste Zahl.